Kaja Lüthi ist wie immer nicht alleine in Dortmund in den Westfalenhallen, sondern zusammen mit Johannes, mit deinem Lebensgefährten. Wie ist das eigentlich? Pusht ihr euch gegenseitig oder fallt ihr euch gelegentlich auch auf dem Wecker, wenn ihr zusammen auf dem Turnier seid? Nein, überhaupt nicht. Wir sind immer mit dabei, wenn jemand von uns reitet. Wir geben uns Tipps, wir helfen uns, wenn jemand nicht weiter weiß oder auf dem Abreiteplatz im Parcours. Wir sind immer füreinander da. So soll das ja auch sein. Und wie oft gibt es was zu lachen? Sehr oft, weil wir sind auch ein großes Team. Wir haben immer viele Leute dabei und das ist immer sehr lustig. Was hat sich Kaja Lüthi, die ja für die Schweiz startet, für Dortmund, fürs Turnier vorgenommen? Ich habe jetzt ein neues Pferd dabei, einen Achtjährigen für die kleine Tour, einen etwas erfahrenen für die mittlere Tour, leider keinen für die große Tour. Deshalb wollte ich einfach, dass die Pferde wieder so ein bisschen dieses Jahr in die große Tour reinkommen und ein paar Trainingsrunden drehen.